Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, es war ein bisschen ruhig auf dem Kanal. Ich habe zwar ein paar Videos gemacht, aber sie noch nicht hochgeladen. Beziehungsweise habe ich ja ein paar Pokémon-Sachen hochgeladen. Ja, ihr seht es wahrscheinlich im Titel. Ich habe eine Satura Mystery Box gekauft und zwar diesmal im Laden. Ich habe mir tatsächlich mal schon ein paar angeguckt gehabt im Vorfeld und die waren alle sehr, sehr schlecht. Deswegen habe ich wirklich gehadert. Die hatten unterschiedliche davon, 30 bis 300 Euro, wo ich mir dachte, die Box war sehr, sehr klein und sehr schwer. Da dachte ich mir so, nee, das, nee. Und auch so DVD-Boxen, wobei ich davon ausgegangen bin, da ist nicht wirklich was drin. Ähm, ja. Ich habe mich selbst dazu entschieden und eine mitzunehmen und dachte mir, ich lasse euch einfach mal teilhaben. Hier sieht man es nochmal, also Outdoor Survival Kit, 59 Euro. Das Ding ist bei dem hier, man kriegt nicht den Kassenzettel, weil da drin draufsteht, was es ist. Warum auch immer. Und man kann sie dadurch auch nicht zurückgeben. So. Und ich dachte, nee, wir machen die jetzt einfach mal zusammen auf. Also wie gesagt, ich habe 59 Euro bezahlt. Ähm, guckt am besten einfach mal. Also die standen jetzt kurz vor der Kasse. Ich wollte es eigentlich erst gar nicht mitnehmen, aber ich dachte mir dann, naja, komm. Was sollst. Kann man eigentlich noch machen. Ich weiß zwar nicht, was Torturen als Outdoor Survival verkauft, aber ja, das sehe ich wahrscheinlich jetzt. So. Ach du Schande. Ach du Schande. Okay. Ich weiß nicht, was die Batterien mit Outdoor zu tun haben, aber okay. Dann hier ein kleiner Entillator von. Okay. Da wird es vielleicht 5 Euro kosten. Was haben wir hier? Okay. Das ist eigentlich ganz cool. Walkie Talkies von Tech Talk Go. Ne, Albrecht Tech Talk Go heißen die Reichweite bis 5 Kilometer mit USB-C Ladeboxe und Taschenlampe. Also, die könnten vielleicht was wert sein, das weiß ich nicht. Dann haben wir hier ein Desinfektionshandgel. Oh, super. Und eine Taschenlampe, wo die Box kaputt ist. Okay. Also, ähm, ja. Naja, gut. Ich gucke jetzt gleich mal, was das alles wert ist. Aber 59 Euro sehe ich da irgendwie nicht. Wobei die Batterien, glaube ich, wirklich teuer sind. Ja, 59 Euro. Naja, gut. Dann... Die Box ist auch kaputt. Naja, super. Die wäre jetzt wahrscheinlich eh demnächst auseinandergefallen. Hier ist das Klebeband. Beziehungsweise hier ist der Kleber schon kaputt. Oh, Mann. Naja, gut. Ich gucke mal, was das eben kostet und dann gebe ich euch eine Zusammenfassung. So, da bin ich wieder. Ähm, ich war ein bisschen überrascht. Äh, aber... Ja. Würde ich es nochmal kaufen? Nein. Also es sind eigentlich nur... Das Einzige, was nicht beschädigt sind, sind die Walkie Talkies. Diese Flasche hier habe ich gesehen. Ist hier oben auch schon offen gewesen. Also hier ist Zeugs drin. Beziehungsweise das haben die nicht mehr auf der Homepage. Ich meine, Hand geht nicht kaputt. Aber normal sind die irgendwie auch verschlossen. Oder... 20.3.2025 läuft das ab. Also das ist definitiv auch schon älter. Ja, okay. Zähle ich halt auch keinen Wert dazu. Den haben sie einfach so reingeschmissen. Da müssen sie vielleicht noch rumliegen. Ähm... Also ich habe jetzt mal Preise rausgesucht. Das war hier sogar schon offen, sehe ich gerade. Ich habe da noch gar nicht reingeguckt. Nicht, dass da irgendwas dran ist, aber... Sieht jetzt zumindest nochmal gut aus. Ich weiß gar nicht, ob das... Ja, es braucht Batterien, aber es sind Batterien dabei. Wenn nicht, habe ich ja jetzt ganz viele. Ähm... Ja. Ist vielleicht ganz cool. Auch ein kleines Teil. Dabei ist halt Saturn Eigenmarke. Äh... Habe ich bei Amazon jetzt nicht gefunden, logischerweise. Äh... Gibt es für 3,99€ bei Saturn. So. Dann hier die Taschenlampe. Wobei hier ja das beschädigt ist. Wobei sie hier oben noch geschlossen ist. Also hier ist sie noch original versiegelt. Aber hier hat sie halt eine Beschädigung. Deswegen haben sie sie wahrscheinlich mit reingeschmissen. Äh... 3,99€ bei Saturn. Amazon habe ich sie nicht gefunden. Ähm... So. Jetzt kommen wir zu den 40 Batterien. Wie gesagt, hier ist die Verpackung beschädigt. Aber hier sind die hier alle einzeln eingepackt. Also ähm... Die kann man so auf jeden Fall noch normal verkaufen. Man muss halt ein bisschen Abstriche machen. Bei Amazon kosten sie so 17,35€. Genau das hier. Und bei ähm... Saturn 22,41€. Also vielleicht, wenn ich Glück habe, kriege ich 15€ für. Die holt einer ab und dann ist gut. Ähm... Ja. Dann kommen wir zu der Fliegenplatsche. Die habe ich auf Saturn nicht gefunden. Wahrscheinlich, weil sie so begehrt war. Ich habe auch gesehen, dass hier hinten die Verpackung auch beschädigt ist. Ein Grund wahrscheinlich, warum sie in der Kiste gelandet ist. Ähm... Aber gut, ja. Da müssen halt auch wieder Batterien rein. Ähm... Ja. Also bei Amazon 9,99€. Bei Saturn nicht gefunden. Aber ja, wie gesagt, 9,99€. Jetzt kommen wir zu dem Highlight, was ich gerade sehe. Was... Da war es schon mal offen. Wobei ich glaube, das ist nur die Ecke, die ab war. Der Rest sieht noch gut aus. Außer es hat wirklich mal jemand offen gehabt. Das... Doch. Ich glaube, das war schon mal offen. Wo? Ist schwer zu sagen. Was sagt ihr? Hier ist... Hier steht so ein bisschen ab. Ich weiß es nicht. Ist schwer zu sagen. Unten hat es auch ein paar Dellen drin. Vielleicht war es auch unten offen. Ich weiß es nicht. Ich müsste halt mal reingucken. Wobei dann ist es halt nicht mehr original verschlossen. Ähm... Ja. Kommen wir zum Preis, den natürlich jeder interessiert. Also das sind zwei Rocki Talkis. Ähm... 16 Kanäle. Bla 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 bla. Interessiert eigentlich keine Sau. Bei Amazon kosten die 39,50€. Da war ich echt überrascht, dass die so teuer sind. Aber wahrscheinlich wegen der Reichweite. Und USB-C. Also das sind keine alten Sachen. Und bei Saturn 39,90€. Also ähnlicher Preis. 39€. Sollte ich 30€ für kriegen. So. Das heißt wir sind bei 30. Plus den Batterien 15. Die Fliegenklatsche. Vielleicht 5. Ähm... Dann bin ich bei 50. Ja. So. Die Taschenlampe. Kann ich vielleicht noch verschenken oder selbst benutzen. Ja. Also es rentiert sich vielleicht, wenn man irgendwas davon braucht. Aber ich brauche nichts davon. So eine Fliegenklatsche habe ich. Das einzige was ich vielleicht behalten werde, ist der kleine Ventilator für den Sommer. Beziehungsweise für den Urlaub vielleicht. Ganz geil. Ähm... Ja. Aber ansonsten hat es sich nicht rentiert, was ich mir schon fast gedacht habe. Deswegen wollte ich eigentlich eine günstigere kaufen. Aber da waren die Themen halt scheiße. Dementsprechend dachte ich mir halt, ich nehme das. Ich habe jetzt mal zusammengerechnet. Also bei den Amazon Preisen wäre ich bei 74,82€ insgesamt. Und bei den Saturn Preisen bei 79,98€. Also unterscheiden sich die Preise ungefähr um 5€. Da geht es halt um den Preis von den Batterien. Die anderen Sachen habe ich halt bei Amazon nicht gefunden. Weil sie dort nicht geführt werden. Ähm... Ja. Also wie gesagt, Wert sind jetzt ungefähr 75€. Wir haben da gerade Besuch bekommen, falls ihr seht. Ähm... Das ist Ruby. Ruby wollte wohl mal gucken, was ich hier auspacke. Ähm... Ja genau. Also es sind 20€ mehr effektiv. Als ich bezahlt habe. Ne, ich habe 59€ bezahlt. Entschuldigung. 15€ mehr. 15€ mehr. Äh... Als das ich bezahlt habe. Aber, wie gesagt, zum Weiterverkaufen grenziert sich auf jeden Fall nicht. Dann würde ich eher euch dann die Boxen empfehlen, die im Internet drin sind. Ähm... Von denen ich auch schon ein paar ausgepackt habe. Könnt ihr gerne mal schauen. Wobei, da gibt es momentan auch eher wenige. Ähm... Ja. Also... Ich kann es nicht empfehlen. Vielleicht habt ihr wirklich mal Glück. Es gab auch eine Box für 300€. Aber die Frage ist halt wirklich, was ist da im Endeffekt drin. Und... Ja. Ihr seht jetzt, da waren mehrere Packungen beschädigt. Das einzige, was jetzt wirklich mehr oder weniger einen Wert hat, sind die Funkgeräte. Und das sind auch nur 40€. Und ich habe 60€ bezahlt. Also... Ja. Und 40€ kriege ich dafür ja auch nicht. Also... Ja. Ich kann es leider nicht empfehlen. Es war schön, es mal wieder ausgepackt zu haben. Aber... Ja. Naja. Und Ruby war mal mit im Video. Hm? Hehehehe. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Und machts gut. Ciao, ciao. Sie haben hier im Video. inquiet failures? Und nochmal in die Stunde. Vielen Dank.